Willkommen bei Blockreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Juhu! So, wir haben uns gestern darüber unterhalten, wenn Bitcoin, da habe ich ja die steile These aufgestellt, wenn Bitcoin dreht, dann im Golden Pocket. Here we go! Also, wir hatten gestern gesagt, ab 16.05 und tiefer sollte man sich hier die Region einfach mal angucken. Wunderbar! Wir sind immer noch nicht bei einem kompletten Breakout oder Pump angekommen, auch das hatten wir ja gesagt, wenn, dann machen wir halt die Krabbe seitwärts, alles cool. Die Zeichen sehen aber in den höheren Timeframes einfach gut aus, deswegen Krabbe trotz Kleinen runter. Wir werden heute nochmal gucken, weil du siehst es, wir hatten einen Retest und das ist jetzt der zweite zum Zeitpunkt der Aufnahme hier auf unsere wichtige Trendlinie über mir. Diese weiße Linie nochmal bei 17.179 US-Dollar hatten wir schon mal besprochen, das ist quasi der Retest, der letzte Versuch aus 2018 und den sollten wir vielleicht cashen. Warum? Schau dir gerne das Video von gestern an. Kurse sind dementsprechend nicht mehr aktuell, aber die Aussagen da drin sind selbstverständlich. Also, wir gucken aber heute auf den aktuellen Kurs von Mala Bitcoin und damit alle Infos im Video. Viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dich auch heute wieder begrüßen zu dürfen und wie immer, wenn du das erste Mal dabei bist, dann unterstütze doch am besten den Kanal mit einem kostenlosen Abo und gerne nochmal einen Daumen hoch und wenn es dir gefallen hat, schreib gerne mal unten in die Kommentare, wo du Bitcoin. Ende, ach nee, Ende ist immer so blöd. Nehmen wir Anfang. Wir hatten ja eben 2018, da ging es steil bergab für Bitcoin. History rhymes. Wir werden sehen, also ob das so ist. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du so Pi mal Daumen abschätzen möchtest, wo Bitcoin im ersten Quartal landen wird und vielleicht noch wann. Weil auch in meiner Telegram-Community so, endlich soll das Ding abstürzen. Wir krebsen hier schon irgendwie Monate rum in irgendwie so einem Dümpel. Also wenn, dann kann ich mal einblenden. Hier unten, warte, 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 warte. Hier unten wird es vielleicht mal interessant. Hier rechts siehst du es. Ja, also die Zehntausender-Marke, Bitcoin ist endlich fünfstellig damals und dann wieder nicht und dann wieder doch und so. Du, wenn du dabei warst, du kennst das Ping-Pong, ja. Das und vielleicht sogar noch tiefere Kurse könnten uns erwarten, weil viele hatten auch gedacht, dass wir halt auf dieses Niveau hier runter nicht sinken können. Aber Leute, mit tiefem Niveau, das kenne ich mich aus. Ne, Spaß beiseite. Also, machen wir auch wenig Quatsch. Wir hatten ja gestern, glaube ich, hatte ich so das sehr plakativ betitelt, irgendwie Widerstand als Bitcoin-Killer. Ja, werden wir ja sehen. Wir haben unsere Range. Es ist ein endliches Spiel, nicht unendlich. Das heißt, 29. Dezember, ja, warum nicht? Wenn wir diesen Trend hier weiter nach oben folgen würden, spätestens Ende des Jahres, kann man sich ziemlich gut merken, ist diese Aufwärtslinie fertig, weil sie eben hier auf unseren Widerstand treffen wird. So, das gesagt, Retest heute im Daily muss der Kurs hier einfach bleiben. Der Kurs, den kann ich dir auch noch sagen, damit wir hier nicht nur von der Kurs sprechen. Der Kurs liegt nämlich bei 16.767. Also, wir haben jetzt hier erstmal eine positive Range, die wir hier haben. Es ist noch kein Support aufgebaut worden. Wir haben hier nur eben diesen Widerstand angetestet bei 16.767, um dann drüber zu steigen. Und jetzt gepaart eben damit. So, heißt aber auch, Obacht, wenn das Ding kracht, dann kracht es halt richtig. Wir werden gleich nochmal gucken, beziehungsweise, wir gehen nochmal in den Daily Chart und blenden nochmal die Historie ein. Warum? Ja, wir hatten hier uns das angeguckt. Hier sollte ein Bullisher Cross passieren. Das heißt, der Kleine schneidet den Großen von unten, der 20er EMA von unten hier durch. Bullisher Cross, der Kurs Rums, beziehungsweise hätte hier Rums nach oben gemacht. Hat er nicht, geht runter. Haben wir uns gestern schon angeguckt. Hier hinten historisch kann man schon leicht erkennen und ein bisschen was ableiten. Wie gesagt, schau dir gerne das Video nochmal von gestern an. Entweder hier Pause machen, zurückschalten und wieder her oder danach. So, guter Kurs. Wobei, in den höheren Timeframes, komm, ziehen wir es doch mal genau auf den Daily. Also, 16.776 haben wir hier als Daily Close. Du siehst, der Kurs wird hier hochgeschnellt. Versucht hier den 20er EMA als, oder den Widerstand, den er darstellt, zu brechen und dann später eben als Support aufzubauen. Du siehst es über meine Rübe hier. Also, im Prinzip das Gleiche versucht er jetzt nochmal. Der Kurs, er möchte eben nach oben und dann tak, 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 und pum. So, rausrennen. Ansonsten können wir gerne nochmal hier den Anchored WeWeb mit ansetzen. Wenn man auch das richtige Tool auswählt, klappt das, glaube ich, besser. So, und jetzt siehst du auch, warum unser Kurs dort endet, wo er endet. Ich mache nochmal die EMAs aus und vielleicht nochmal im 4-Stunden-Chart. Dann siehst du das. Das heißt, unser nach dem Volumen gewichtete Durchschnittspreis ist hier bei 17.133. Und erstmal, das wäre das Top gewesen. Erstmal, beziehungsweise unter unserem Widerstand, den wir hier haben. Also, alles gut. Wir machen gerade den Retest. Geht nach oben soweit. Soweit, so gut. Wir müssen jetzt, gleitende Durchschnitte hatten wir und jetzt nehmen wir einen MACD und nochmal den stochastischen RSI. Genau. So. Und wir schauen uns nochmal das veränderte Chartbild ein. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wenn du ein anderes Tool sehen möchtest, eine andere Ansichtweise. Wir hatten ja auch mal ein bisschen erklärt, dass man hier oben zum Beispiel auch Candlesticks oder die Art sich umändern kann, wie man eben sich diesen Chart anschauen kann. Auch ganz wichtig. Also, solche Sachen kannst du auch gerne wünschen. Genau. Also, 1-Stunden-Chart. Du siehst, aufpassen. Wir haben hier wirklich noch in dieser Woche hier eine größere Bewegung nach oben und nach unten. Hier geht es erstmal nach unten aktuell. Das heißt, deswegen habe ich hier die 16.776 eingezeichnet. Daily Close bitte darüber. So. 2. Äh? Wird klar? Ist hier im überkauften Bereich. Hier sieht man schon, dass es schwächelt. Das heißt, Krabbe bis Bärisch. Und hier siehst du im 4-Stunden-Chart haben wir das Ganze. Das heißt, ein Drop nochmal auf die Support Zone. Hier runter Richtung 16.631 beziehungsweise 38. Ja. Aber dann wären wir halt wieder beim Trendbruch. Ja. Und diesmal nochmal das Golden Pocket rauszuholen. Meh. Aber, wer gestern aufgepasst hat, weiß, was der Daily für uns bereithält. This. Also. Höherer Timeframe. Beziehungsweise hier sehen wir auch schon, dass die Bären schwächeln. Jetzt kitzelt die Nase. Wie fies. Also. Here we go. Wir haben ja immer noch das, unser großes Falling Wedge, was wir hier haben. Eigentlich auch wieder ein Anzeichen, wie könnte man es anders denken, für eine Trendumkehr. oder mögliche Trendumkehr, wenn wir es so haben. Das heißt, er möchte dann eben Bullish ausbrechen. Sieht hier erstmal ganz okay aus. Übergeordnet. Sieht es aber tatsächlich halt nicht ganz so rosig aus. Also auch hier nicht blenden lassen, weil du siehst, hier oben haben wir auch Richtung oder knapp über 19k, also 19.000 US-Dollar, ein Limit beziehungsweise ein Trend, der durchbrochen werden möchte. Und wer singt mit mir das gleiche Lied? Wir sind immer noch unter 20.000. So. Und sowieso unterm All-Time-High. Von 2017. Vom aktuellen All-Time-High, was Bitcoin gebildet hat. Ach, hör mir auf. Zu der Party kommen wir in ein paar Monaten. Ein paar Monaten auch wieder. Dann machen wir dann dickfett Party und tanzen durch die Gänge. Alles cool. Vielleicht sind dann die Apes auch wieder am Start. Ja. Interessante Sache auch das, gell? Activision Blizzard-Chef. Irgendwie geht jetzt auch zu Apes. Gedöns. Egal. Ich hoffe, ich konnte dich hier ein bisschen informieren, was wir gesagt haben. Das heißt, wir machen immer noch Formationen. Krabbe mit einem Daily Close. Bitte über 16.776. Wir müssen aber über die 17.179. Und warte, ich schiebe es nochmal kurz hier zur Seite. So. Ja. Oh Gott. Mann. Jetzt kann ich noch nicht mal die Richtung. So. Im Daily sind wir hier gut. Das heißt, nicht schocken lassen. Wir werden uns einfach mal anschauen, wo das Ganze hingeht, weil im Minimum werden wir hier höchstwahrscheinlich bei den 15.000 einen Support finden. Also, Daily Close abwarten. Wird ein haariges Ding. 15.000er Marke haben wir schon besprochen. Alles andere siehst du hier am Rand eingeblendet. Und ansonsten, komm gerne zu mir in die Telegram-Gruppe. Tja, falls noch nicht getan, ich hoffe, das Ganze hat dich überzeugt. Lass gerne ein kostenloses Abo da und wir sehen uns morgen wieder. Mach's gut.